Das ist so ein bisschen die schlechteste Idee, die man haben können. So eine Eiswelt gleich in Fluss baden. Beste ist. Bruga, was war's? Woodsmatch River. Hört sich ja gut an. Badehose, was war's? Ich? Ne. Ich gehe immer mit Vollmontur schwimmen. Ich, ohne. Gerade im Eiswasser. Ich gehe mal nackt. Gehst du nackt? Ja. Ach so. Auch im Freibad und so weiter. Was ist das denn? Unter Wasser Eislevel mit Spolzen. Kommt der immer da runter, oder was? Hoffentlich nicht. Ja doch, da ist er wieder. Hallo! Ich glaube, den habe ich noch nie in einem normalen Level gesehen. Ja, vor allem, du weißt ja nicht, kommt der jetzt. Kommt noch einer. Der scheint ja irgendwie... Triggered zu sein. Ja, der skaliert mit deinem... Ich skaliert doch nicht mit deinem Bildschirm. Hä? Was machst du denn jetzt? Doch, macht der ja. Der ist eben weiter vorne. Hast du gesehen? Ja, jetzt müsste er da wieder kommen. Ah, genau. Hot lol. Oh lol lol. Okay. Das heißt, nicht zu weit nach vorne, sondern immer... Ach so! So sieht man ja auch sehr gut, wo er runterkommt, ne? Game-O, war es ein Safe? Aber ich musste dich an den farblichen Abstufungen, was? Ist ein Safe? Hm, weiß nicht. Hab ich? Hey, guck mal, was passiert denn jetzt? Oh! Oh, das ist auch schön gespeichert. Oh, nee, hier ist ja eh gleich zu Ende. Pass auf. Also, sehr gut. Ne, wollten wir doch gerade auch schon. Das wird jetzt alles falsch. Ich sag mal, guck mal auf deine Zeit. Du hast 1,35. Ja, und du hast 5 Sterne. Oh, ich liebe... Bist du zu müde, Maddie, kannst du nicht machen. Irgendwie interessiert mich das überhaupt nicht, wie viele Sterne ich hier habe und wie ich... Kannst du nicht machen, Maddie, jetzt einfach gehen. Wir werden doch sowieso nie wieder... Nie wieder in dieses dämliche Bonus-Spiel reinkommen, werden wir nicht mehr schaffen. Oh, ich schuld. Diese Illusion möchte ich jedem von euch rauben. Wenn ihr gedacht habt, aha, wir schaffen das nochmal. Nee, Quatsch. Das könnt ihr... Da, guck mal, wie schön sie das auch ausgeschildert haben hier. Ach du, und hier wirst du umgebracht. Hier. Wo denn... Ja, guck mal, da kommt wahrscheinlich immer so ein... Ja, da, wo es frech ist. Hä, hä. Kommst da vorne auf einmal, der Shit. Sag mal, sogar die Blöcke unter Wasser sind rutschig. Du kannst doch nicht mal geradeaus dran schwimmen. Nein, links, 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 links. Oh. Nee, 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 diesmal war es anders. Der orientiert sich, glaube ich, immer da, wo du gerade bist. Jetzt kommt er mich wieder vor mir. Äh, das war dumm. Aber was mir auch für einen Abtrieb hat, guck mal, wenn ich nicht drücke, wie er dann nach unten sinkt, wie so ein Stein. Wie so ein Stein. Dann sowas, wo man da warten muss. Mhm. Ja, das ist... Ach so, ja. Och man, ernsthaft. Äh, Leute, ich sag schon wieder ernsthaft, aber das ist jetzt hier nicht richtig. Wenn man das nicht sehen kann, wo der runterknallt, das ist... Ohne Witz. Das klingt jetzt doof, aber das ist... Reudig. Das ist senkelhaft. Das ist senkelhaft. Komm, Leute, das ist endlich mal richtig benutztes Wort. Senkel. Senkelhaft. Du könntest mir einen Gefallen tun und ab und zu mal Save drücken, das wäre... sehr nett von dir. Äh, jetzt, Leute. Überlegt mal, wollt ihr jetzt wirklich, dass wir schlechte Laune haben wegen diesem Level? Ich meine, den letzten haben wir ja auch größtenteils ohne Save-Sales geschafft, Digga. Wasserlevel sind scheiße. Die ganze Höhle, fast. Komm, das kann das permanent, als würde da oben einer sitzen an so einem Hebel. Hm. Dem mal... Da ist so eine Lochkarte. Hier wie bei Indiana Jones in Venedig. Kennst du noch diesen einen Opa, der da in der Bibliothek sitzt? Ja, und dann immer hämmert und dann mit der Stange so... Genau der ist das. Der steht da oben und macht immer Stempel, Stempel, Stempel. Der wundert sich da voll. Rauf, rauf, rauf. Genau. Der wundert sich immer voll und denkt sich dann so... Höh? Midway! Mario geflasht, oder war das Mario selbst? Mario geflasht sich selber. Jetzt kommen wir von unten, pass auf. Ja, ist er wieder. Ja, aha. Und geht sogar komplett durch. Ich habe keine Save-Zone hier. Ich finde, da hätte man zumindest zwei Sekunden warten können. Ja. Oh, ein Glück. Gute Nummer. Höh? Achso. Das ist so ein Greifer da oben. Kennst du die vom Jahrmarkt? Ey, guck mal. Maddy, das ist doch scheiße. Hast du gesaved? Sag bitte ja. Ja, natürlich habe ich gesaved. Ich muss nur noch mal gucken. Es ist nämlich mittlerweile hier dunkel in Bochum. Ich sehe meine Tasten nicht mehr so richtig. Und da meine Schreibtischlampe kaputt ist und ich bisher nicht das Geld hatte für neue, weil der Steam-Sale gerade läuft... Wird mir ähnlich. Ich habe mir aber nicht viel gekauft. Genau das war mit dem Steam-Sale-Quatschen, bevor wir wieder irgendwelche Schmuddelkrams raushauen. Ich raue hier nie Schmuddelkrams raus. Habe ich jemals angefangen hier? Du bist nur unflätig. Ich bin mehr so der Mann fürs geschlechtlich Anzügliche. Das war früher andersrum. Meinst du? Ja, ich meine mit Luna. Er war unflätig und ich habe dann immer so ein bisschen so ein Bild bis zum Ende dann ausgereizt. Ach ja, guck mal. Es ist unmöglich, hier durchzukommen. Guck dir das mal an. Wie willst du da? Hast du da oben gespeichert? Ja, ich glaube, unten kannst du dann in die Lücke und dann dich da ducken. Nein, du hast dir keine Save-Sale. Oh, ja, ja. Doch, 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 doch. Wenn du da unten rechts in die Lücke bei dem grünen gehst und dann dich ducken, hast du eine Save-Sale. Nein, das geht komplett ruhig, der Scheiß. Der geht komplett ruhig, der Scheiß. Doch, 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 tot. Tot, ja. Na, guck, das passt. Ab jetzt da. Ich save jetzt hier. Und jetzt runna, runna, runna und runna ducken. Los, ducken! Können voll lachen. Nein. Ach so, jetzt kommst du völlig genau vor mir, ne? Ach komm, sowas ist doch scheiße, ganz ehrlich. Ja, es ist eine gute Idee. Nein, das ist nicht. Verteidigt den Mist mich auch noch. Das ist einfach nur blöd. Guck mal, vor allem das ist unregelnd. Und dann haben sie nicht nur ein Element, was dich zum Schmampft, sondern zwei. Wenn das nur ein Element wäre, was einen zerschmampft, dann würde ich das vielleicht sogar... Feiern ist jetzt das falsche Wort, aber ich würde es zumindest loben. und anerkennen, dass es existiert. Aber mit so anderen Sachen hier, das ist mir dann noch mal eine Spur zu heftig. Duck dich mal hier, genau. Oh, Käse! Oh, Käse! Zum Bleistift! Apropos Ernie, da gab es neulich ein schönes Bild, das hat der FC Bayern gepostet. Du kennst es auch von der Fußball-WM, wenn die so die Aufstellung machen. Da haben die ja immer noch so einen Kader und da muss ja jeder sich so in der Kamera halten und dann so mit verschränkten Armen. Und da gibt es so ein schönes Bild von Berthold Heisterkamp. Der steht ja auch immer so mit. Weißt du, wie er seine Arme immer verschränkt, dass er so die Hände so in die Achsel nimmt. Dass man die Schweißflecken nicht sieht. Ja, genau. Und dann steht da so für Italien oder was auch immer das war, Berthold Heisterkamp. Und ein Bild von Ernie, wie er da so steht. Fünf, was schon wieder fünf? Was soll denn denn bis? Das ist eine Fünfer-Runde, jetzt haben wir drei Fünfer. Komm, wenn das russische Schulett wäre, dann hätten wir jetzt, wären wir jetzt nicht gestorben. Gestorben, nicht gestorben. Und oben auseinandergestorben sind wir. 1, 2, 3, Mama, Papa, Utilitar. Podcast, für was auch immer. Acid Lab, Acid Lab, da gibt es LSD-Meddy. Jetzt wird es lustig. Ach, es seien sie die Trips aus. Bruga, guck. Hast du es gesehen? Hä? Es ist nicht... Oh, schön. Nimm dies. Wo ist dein Midway? Was? Meli, warum gehst du nicht zum Midway? Ich kann nicht zum Midway. Alter Schwede, das meint ihr jetzt nicht ernst, oder? Doch. Ja, viel Spaß beim Aufstieg, ne? Das ist Turtles, hast du gehört? Das ist ein Gesicht, ja. ich weiß nicht warum, aber die Idee finde ich klasse. Ja, die Idee. Ich weiß jetzt nur jetzt nicht, woher man die Tür muss zu bestätigen. Machst du mal ganz zu safen? Mag ich, ja. Ja, hab ich mir gedacht. Die sind natürlich tödlich, ne? Das wollte ich eben ausprobiert haben. Muss man wissen. Und diese Ninjis hier. Ich mag die. Guck mal, das sieht ganz... Das hier ist ein bisschen komisch aus. Oh ja. Wie so eine Flutsch... Gänzt du Flutschfinger? Weiß ich nicht, Bruder, erklär mal, was ist das? Hat das wieder was mit Sex zu tun? Nein, das sind Eis. Hast du nicht Flutschfinger? Natürlich kenne ich Flutschfinger, ich hatte letzte Woche noch mal. Ja, aber dann wieder so tun, ne? Ich hatte letzte Woche im Kino noch einen. Ich mache das ja immer bei uns im UCI in Bochum. Ich kaufe mir immer ein Kindermenü. Da hast du eine kleine Cola mit bei und noch ein Eis und Popcorn. Machst du? Ernsthaft? Oh. Ja. Wann hast du das jetzt mal gespeichert? Also ich da, wo du probiert hast. Ja, dann ist es in Ordnung. Also. Kannst du noch mal die Ninjis? Spiel mit den Ninjis. Das soll ja ganz verkehrs sein. Jetzt nochmal nach links. Links, 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 links. Erstmal nach links. Hier rauf, hoch, hau'n rüber. Und das fällt. Zack. Das fällt. Wenn ich schon dieses Rattergeräusch von den Segen höre, ne? Ja, kriegt man zu viel, ne? Ah, ich hab schon wieder ganz da unten gespeichert. Ja, 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 ja. Komm, einmal noch, weil du jetzt nicht bis zu der Stelle kommst, dann. Dann lass mal mich. Dann machst du. Ja, ja, ja. Gib, gib, gib. Das ist wirklich Gangster-Musik hier. Ich sag ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich wieder Donkey Kong, so wie immer, weil die sind ja so einfallsreich, die Leute. Aber ich glaube, das ist Turtles. Wow. Mötchen. Ja, fahr wieder hoch. Das sind jetzt die Blöcke bestimmt oben, die sich jetzt gedreht haben. Das war doch gerade vorher auf Off, ne? Me, 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 me. Aber jetzt nicht so einen deklatanten Fehler gemacht, dass ich... Nein, nein, nein. Es hat auch zweimal Pipip gemacht. Oh, dupig. Dann geht's weiter. Du kann. Nee, geht nicht. Rüber. Drauf und flaschst du genau an. Jawoll. Maddy, da war eben eine Dragon Coin, ne? Hast du gesehen? Ja, Daniels, wenn ich weiß, wo ist Licht, das ist mir doch Wurst. So. Hat er. Was? Hat er nicht. Was? Der war doch noch gar nicht. Oh Gott. Spring doch. Spring doch, Maddy. Ah ne, andere Richtung. So, jetzt bitte nochmal. Hast du nicht. Ja, geh. Ich kenn dich doch. Maddy, ich... Ja, ich weiß schon wann. Piep. Och Mann, das ist doof. Wieso ging das denn gerade? Gerade war ich doch gut. Was ist denn jetzt mit mir los? Ich hatte voll den Lauf gerade. Jetzt hab ich einen Einlauf. Das find ich aber cool mit den Turtles. Das find ich echt ne coole Idee. Ja, ich auch. Das ist bestimmt von den Turtles. Von NES. Gut. Beep, beep, beep. Gut, 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 rauf. Power up. Dankeschön, liebes Spiel. Ja, ich geh jetzt erstmal nach rechts und versuch mal nicht gleichzeitig gleich mal hier so. Werd ich mit dir, dass es hier nur weiter geht. Brrr. Das wär jetzt ziemlich blöd. Oh, Maddy, da hab ich irgendwie so... Hab ich irgendwie was an meinem Avatar geändert, dass die Leute mich immer anschreiben, wenn ich aufnehme. Ja, du bist lucky. Da oben ist ein Midway. Nein! Maddy, sorry, aber da oben ist ein Midway. Okay, dann mach ich den Midway erst. Vielleicht war da oben Reset. Die, 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 die. Bombenangriff. Da. Gut, dann hol ich mir erstmal nochmal das Power-Up. 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 Das ist jetzt meines. Guck mal, wie schön. Aber es ist bei weitem nicht so dreckig. Dieses Power-Up ist meins. Es sind viele Power-Ups. Das hier ist meins. Wir sind ja eigentlich so unsichtbar, so ein bisschen. So, äh, transzendent. Oh Gott. Ach so. Oh, ja, guck mal. Ja, das... Oh, ich höre, da kommt jetzt eine schöne Passage. Das brauch ich ja jetzt. Aber ich bin heute Morgen aufgestanden, hab mir gedacht, was brauchst du, was brauchst du mehr, die... Ja, sowas. Ich hab jetzt schwören können, dass man da drauf stehen kann. Och, ne, Buga, Alter. Ich weiß nicht, wann ich sprechen soll! Jetzt nicht. Das kann man echt nicht abschätzen, weil da auch nur so ein Ping-Pong-Ding dazwischen... Ja, das ist doch schön. Lauf mal rechts gleich. Rechts, rechts, rechts. Yes, yes. Nein. Egal, das Midway gibt es wieder. Guck mal, wie er nochmal schmeißt. Das ist extra. Ja, klar ist das extra. Das ist mit Absicht. Aber ich find's super, dass die das hier schon so zeigen. So, ha, 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 die Plattformen drehen sich jetzt von selbst. Ja, das... Das find ich auch sehr kulant. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das so passiert. Ich dachte, du wirst hier immer nur so ins kalte Wasser geschmissen. Dann muss aber bringen. Warte mal, eins, zwei. Eins, zwei. Ja. Ja, ja, mal bis zwei, Maddy. Scheiße. Gut, 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 gut. Du leckst grad'n bisschen bei mir. So, oh nein. Nein, 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 nein. Jetzt. Spring noch. Das ist schön, so langsam. Mann, ich drück gerade. Ja. Eins, zwei, jetzt. Mutiger. Sei mutig. Wenn ich jetzt sag, dann spring. Jetzt. Denn... Ja. Jetzt. Na, zu spät. Nein. Hast du mal Musik gemacht, Maddy? Nee. Würde dir helfen, glaub ich. Ich hab nur nie Musik gemacht. Ich kann Musik machen, aber die willst du nicht hören. Nein, die will ich nicht hören. Jetzt. Nein. Nein. Jetzt. Oh, gut. Ja. Nein. Nein. Jetzt nicht, Maddy, jetzt nicht. Jetzt. Bring. Ach so. Grüne Schleimviecher. Jetzt. Das war knapp. Ich weiß. Oh, ja. Durch, durch, durch. Eine Leute haben gefragt, worauf haben sie jetzt total Bock? Auf sowas hier. Das ist so, ich war jetzt einfach, bis die grünen Dinger hier weg sind. Dann sind hier da drüben und ich hab sie wieder nahe. Komm, sie wieder. Oh, ho, ho, ho. Ich war jetzt alle, bis sie wechselt. Ich war, sie 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 war. Das ist... Oh, guck mal, der kommt auch genau so, dass man reinspringt. Das ist so mies gemacht einfach. Die wollen nicht hier nur fletschen. Natürlich. Da hast du ja keinen Ponyhof hier, ne? Da haben wir immer noch M.I.U. Erhältnismäßigkeit, der Fairness ist hier für den Arsch. Das, ich glaube, das hier, das ist wirklich durchstrukturiert. Das ist richtig geplant. Oh, Gott. Oh, ja. Jetzt hab ich genau hier einen Safe gemacht, Maddy. Mist. Wo du klein wurdest. Der hat dich schlecht. Durch jetzt, ganz durch. Nicht, nicht, nicht mal einen. Kommt der nämlich wieder. Nein. Zu langsam. Zu langsam. Zwei am besten, dann bist du die Dinger los. Bibi, 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 bibi. Ja. Bibi, 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 bibi. Oh, Gott. Vielleicht noch nicht. Bibi, 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 bibi. Das macht alles in diesem Spiel, macht ein unglaublich nervös. Das ist wie eine mündliche Prüfung im Abi. Die gucken dich böse an und... Ich weiß, ich kenne das. Ich gucke genauso böse. Maddy ist im Prüfkomitee. Bin böse. Wer weiß das? Oh, Maddy, jetzt ist gerade gefährlich. Ich will speichern, aber ich kann nicht... Ich hab gerade für eine halbe Sekunde gedacht, das wäre einst zum Auseinanderziehen. Deswegen... Wie so eine Fingerfalle, weißt du? Ja, eine chinesische Fingerfalle. Gut. Begebe ich safe. Ja, bis. Ab. Ab, bis. Ab, ab. Nö! Oh, das war aber eine Zehntelsekunde! Du bist durchgefletscht. Die hab ich runtergeschubst. Pip, pip, pip. Jetzt, jetzt, jetzt! Oh Gott. Oh ja, komm, da kommt's schon wieder. Jetzt! Warte, jetzt! Ja. Hiiiiihihi! Hm, spring da wieder runter. Stirb, genau! Hier! Das ist ein... Na, komm, da kommt ein bisschen Pilz. Ja, ich seh's, ich seh's. Ich seh's, Meli. So saß sie. Ja, genau, mit 99 Sekunden. Also, Meli, ich will dich ja jetzt nicht irgendwie, ne? Hallo, Rondance, dee, 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 dee. Nein! Da wär fast gut gegangen. Aber nur fast. Ah, danke für den Save hier, Bubo. Uh, hey. Hm, gut gemacht, ne? Fast zu früh. Hättest du oben noch kurz stoppen müssen und dann springen. Hallo, Rondance. Ich find das so gut, dass du mit mir redest. Da sind alle Kommentare, die irgendein YouTube-Zuschauer da bringen könnte, alle schon, ne? Ach komm, jetzt sei aber nicht so. Ich red dir gut zu. Ich mach dich nicht nervös oder so. Ich save für dich. Ne? Ja, ja. Bin wieder der Böse. So, dance. Ach, scheiße. Das hab ich gar nicht gesehen. Oh, Mekka. Was hab ich gesehen? Oh, ja, jetzt sehen wir doch nichts. Hau ab! Hau ab! Bring noch den Schädel! Der ist da drüben gefangen. Was machst du denn? Ich weiß halt auch nicht. Jetzt! Nee! Wie lange klingt denn der Arsch? Boing! Aber guck mal, wir haben noch mal Zeit gekriegt für den, ne? Ja, immerhin. Die sind ja schon ziemlich nett. Die haben wahrscheinlich gemerkt, dass das da so ein bisschen eng ist, wenn du das mit einem Mal versuchst. Wir hätten dir jetzt 20 Sekunden noch recht zugegangen. Warum... Warum gab's hier nochmal ne Tür? Das versteh ich nicht. Wär das jetzt vielleicht nochmal ein Secret gewesen für nach unten? Aber das glaub ich nicht. Maddy, glaub das nicht. Ich glaub es aber nicht. Ich glaub das nicht! Brugger, dieser Level wird uns töten. Der nächste Level tötet uns, Brugger. Der wird uns töten. Dieses Spiel tötet. Ich hab mal bei Freaky reingeguckt. Ich weiß, wo das... So ungefähr, wo das Secret Exit ist. Das findest du nicht, wenn du's nicht weißt. Ne? Dann bin ich mal gespannt. Na gut, Leute. Nächstes Mal bei mir wieder. Dann werden wir getötet. Tot! 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 Tot!